Macht weg! Kommt! Komm, ja, ich weiß! Weiter! Kapitän Vermark, I'm afraid our dear associate Raoul Escobedo, passed away only minutes ago. However, his death has revealed a new enemy to us. We must take great care in erasing our tracks, sir. Precisely. They lead right to this man, Dragan Vesnitsch, commander of the Belgi Folki. Didn't Cartel use their services during the destabilization of the Transnistria region? We did. And they proved very useful at the time. But now, they have reached the limit of their usefulness. First, we must block off their HQ. Prevent any reinforcement from reaching the main base. Vesnitsch is recalling several armored units. Ambush them. Don't let them pass. There'll be that much less for us to face later on. Battle Lebensmittel With welcome once in the act of aggression, our 2nd mission and the domestic mission of the cartels. The 2nd mission of the cartels... ... das start two mission of the cartels... Productions... ... Diese mission here is completely discouraged. ist ja alles kein Problem. Ähm, hm, 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 hm. Ich mach wieder den Trainer an, weil ich will ja hier einfach nur noch durchkommen. Ähm, Ziel ist es, zerstören Sie möglichst viele Panzer. Nächste Panzer in 28. Und ich glaube, da sollten wir hin oder sowas. Und, äh, ja, deswegen machen wir hier mal alles voll. Gib Gas, komm, rein. Und, äh, ich denke mal, da wären wir genau, in 2 Minuten 12. Alles klar. Und, äh, Panzerabwehrgruppe. Jede Menge Panzer, Panzer, Panzer. Komm, du holst dir da die Leute. Während der da hinflitzt und wieder einen Hinterhalt legen. Hoffe ich doch zumindest mal. So. Das Ding ist extrem schnell. Hol dir die Leute. So, und wir legen hier mal einen Hinterhalt. Ränder. So, der Rest geht hier rein. Wir sind auf unserer Weg. Es läuft auf Zeit. Wir haben nur noch 1 Minute 22 Zeit. Und, äh, ja, wir können hier... Zack, 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 zack. Always ready. Ich brauche hier den Hinterhalt. Bewegt ihr euch mal auch mit hierher. Ich hab keine Ahnung, wo der Gegner rauskommt. Das werden wir dann ja gleich sehen. Äh, ich weiß gar nicht, hab ich jetzt... Ja, doch, ich müsste es eigentlich anhaben. Während wir da mal weiter produzieren, immer mehr. Gott sei Dank geht das ja auch kik zucki bei denen. Ja, kein Problem. So, wo ist mein Dings? Ausladen. Wir setzen das mal auf... Die 1. Und holen ein paar Leutchen noch. Gut, und, äh, hier... Genau, wir gehen da rein. Während der Rest der Truppe unterwegs ist. Und die kommen in... Drei... Ah, jetzt kommen sie. Die Zeit ist abgelaufen. Ja, da kommen sie. Gut, okay. Ah, wir hätten da welche reinsetzen sollen. Verdammt. Aber Gott sei Dank kommt ja da ein Nachschub. Okay, die haben wir erfolgreich abgewehrt. Das ist schon mal gut. Ja, wir machen uns ja fertig. Nächste Welle in einer Minute dreißig. Ja. Ah, das wird hart. Derschein ready. Ah, zack, da hin. Mehr, 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 mehr hier, Leute. Immer ran, 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 ran. Ihr müsst euch da auf die Socken machen. Kommt, wir gehen hier hin. Wie geht's denn hier raus? Komm, gib Gas, Leute. Okay, mein Gott, mein Gott, das Ding ist vielleicht lahm. Oh, wir sind fertig. Okay, und. Zurück, hol die nächsten. Wie gesagt, ich will ja eigentlich nur noch, äh, die Story durchhaben, damit wir hier mal, äh, ganz ehrlich, damit wir das mal abschließen können. Denn, ähm, am Freitag kommt ja Tom Clancy's The Division. Und ich hab' einen Beta-Zugang. Das heißt, ich kann's euch präsentieren. Und deswegen... Roger, moving now. ...will ich das Projekt hier mal abschließen, damit ich a. Festplatten, äh, Platz bekomme, und b. dass man ja endlich mal hinter mich habe. Deswegen machen wir das Ganze jetzt, also die letzten fünf Missionen, Gott sei Dank, muss man ehrlich sagen, der, ähm, des Kartells mit Trainer. Weil, äh, anders hätten wir keine Chance. Würde sonst Ewigkeiten dauern. So, während hier fett geballert wird. Sehr gut. Kreuzfeuer. Aber wir dürfen nicht aufhören. Nächste Welle wieder in einer Minute dreißig. Die Frage ist, wann kommt, äh, Wann kommt der, ähm, Wie viele Wellen da überhaupt kommen, ist die Frage. Ihr geht mal da hin. Stellt euch mal mit da auf. Hier sieht's gut aus. Da ist voll. Okay. Hier kommt der nächste Schwung. Also bis jetzt sieht's gut aus. Aber wer weiß, ne? Was da kommt. Also ich denke mal, ohne den Trainer wäre es weiter schwieriger. Weil wir ja immer hier, äh, immer für Nachschub sorgen müssen. So. Na komm, gib Kette. 20 Sekunden kommt der nächste. Ah, hier. Aus. Hol Nachschub. Auf ein paar davon. Danger ahead. Jetzt geht's rundher. Kommt der nächste Krempel. Unit ist unterretert. Ist klar, dass wir angegriffen werden. Ich denke, ich habe ein Händler. Unit lost. Wow. Okay. Schade, jetzt haben sie das Haus kaputt gemacht. Aber in Ordnung. Letzte Welle. Sehr gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Karte ist ja auf jeden Fall groß genug, dass man hier noch weitermachen könnte. Gibt Gas. Ja, hier kommen wir jetzt weiter. Wir brauchen mehr. Ich denke mal, da unten werden wir die auch noch aufhalten können. Und dann werden wir mal sehen, ob wir hier noch was bauen können. Wie es weitergeht. Eine Minute, also 53 Sekunden noch. Kommt die letzte Welle. Dann werden wir ja mal sehen, ja. Okay. Jede Menge Leutchen. Stellt euch mal alle auf. Schön kompakt. Information. So, hier auch mal Information. Bitte. Yes, we need a tankbuster. So, zack. Stellt euch mal auf. Wenn wir hier mal weiter... Okay. Es geht los. Ich komme. Sehr gut. Kein Durchkommen bisher. Oh, jetzt kommen sie von da hinten. Oder was? Jetzt versuchen sie, es zu umgehen. Ah, clever. Okay. Komm. Holt ihn euch. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Es scheint, dass es das letzte Gruppe war. Erinnerung. Ich bin gespannt. Missionsziel erfüllt. Geheim. Was wurde mir zur Verfügung gestellt? Ich weiß von nix. Ich weiß hier von nix. Ah, da war was. Oh, Poseidon hier. Our operation in the Hague has been successful, but was quelled faster than we expected. I'm sending you reinforcements to Aes and your cleaning operation. They've got AA. Recall the choppers. Damn it. The bridge is too heavily defended. Okay. Okay, jetzt haben wir zwei Hufschrauber. Ready to strike. Neue Einheiten. Kontra... Was? Kontraktor Chris soll gegen Infanterieinheiten gesetzen und gegnerische Gefangene genehmen. Ist ja toll. Jetzt geht das hier wahrscheinlich wieder nicht. Wie sieht es hier aus? Wir können Hufschrauber bauen. Äh. Nehmen wir gerne. Na klar. Können wir das wenigstens abgraden? Die Frage ist... Frage ist... Meiden Sie die Flugabwehr und landen Sie mit Ihren Truppen. Die Frage ist, ob wir die hier stehen lassen sollten oder uns ums zurückziehen sollen. Ich würde mal fast sagen, wir sammeln uns und rücken mit allen ran, was wir haben. Das wird die da wegbomben. Gut. Ein Superhind muss überleben. Ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. So, jetzt machen wir weiter hier. Okay, den kann er noch nicht upgraden. Alles klar. So, Superhind. Das bist du, du bist ein Superhind. Das ist klar. Das ist klar. Wir können keine Panzer. Ja, die haben natürlich... Gucken wir mal da. Ordentlich Flugabwehr. Wir könnten es umgehen. Irgendwie einfach... Ja, ich bin eher sowieso für Rambo-Technik scheißegal, ob die Verluste... Wir gehen einfach... Werden sicher wie die Lemminge langlaufen. Wir, ähm... Mit allem, was wir haben, einfach drauf. Und jetzt gehen wir hier mal vor. Ein Stück zumindest schon mal. Gucken, was uns hier erwartet auf der Brücke. So, gehen wir mal hin. Kommt. Okay, Scorpio kann Rauchgeschütze... Ach, ist mir egal. Ist mir egal. Wir knallen hier alles weg jetzt hier. Scheißegal. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Wir gehen hier voll drauf. Okay, jetzt werden wir angegriffen. Hier ist noch mehr Gedöns. Normalerweise müsste man das eigentlich packen. Aua, hier haben sie gute Gebäude besetzt. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, kommt, kommt. Ah, schon gut reingeknallt, die Jungs. Aber egal, wir machen natürlich weiter. Ich will hier gar nicht lange rumfackeln. Ich nehme hier alles auseinander, wenn es geht. Wenn es irgendwie geht. So, da. Haben sie natürlich Artillery oder Flugabwehr, was immer das auch ist. Normalerweise muss... Ja, ja, ist klar. Normalerweise dürfte es kein Problem sein. Bei der Masse, was wir jetzt haben. Sollte es eigentlich möglich sein. Hier, macht das kaputt. Holt ihn da weg. Ich fackel hier gar nicht lange rum jetzt. Wie gesagt, ich will wirklich nur schnell durch. Okay. Ja, hier ist natürlich... Ja, ist klar. Kommt schon. Okay, jetzt haben sie... Während meine Leutchen hier einfach nur rumstehen. Das ist ja auch geil, oder? Meine Leutchen stehen einfach nur rum. Na gut. Hier geht da hin. Und, äh... Ja, mehr Hubschrauber. Mehr Hubschrauber, bitte. Bewegung. Jups. Upgrade sind noch nicht freigeschaltet. Können wir immer noch nicht bauen. Und jetzt gehen wir mal mit dem, was wir hier so haben. Mal hier rüber. Schon mal. Und, äh... Ja. Räumen wir ein bisschen auf, ne? Machen wir ein bisschen, äh... Bisschen Action. So. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass wir hier eventuell noch einen zweiten Außenposten bauen sollen oder irgendwie sowas. Aber die Karte ist nämlich einfach zu riesig, dass es das eventuell schon gewesen ist. Naja, und zwar schnell. Neues Primäres Missionsziel. Daubern sie das Hauptquartier der Weißen Wölfe. Oh, da hinten, okay. Alles klar. Wir geben unser Bestes. So, hier kommt natürlich auch noch eine Masse an Leutchen. Während wir hier fleißig nachproduzieren. So macht das Spiel schon eher Spaß, wenn man, äh, nicht unfair niedergemäht wird. Denn jetzt drehen wir den Spieß einfach mal um und wir sind etwas unfair, indem wir halt, äh, den Trainer benutzen. Aber ich will das Spiel einfach nur noch hinter mich bringen. Also es macht auch nicht mehr wirklich Spaß. Also man sitzt da teilweise mehrere Stunden an einer Mission zum Schluss und das ist einfach too much. Wirklich too much. So, unsere kleine Armee. Wir sind fleißig am Laufen. Während hier wieder Nachschub kommt. Aber eins muss man im Kartell ja lassen. Die produzieren sehr schnell. Aber es geht, guckt euch das mal an. Zack, bam, zack, bam, zack, bam. Ist schon geil. Ja, das ist schon eine coole Sache. Also wir sind sehr schnell in der Produktion. So, Rucki-Zucki ist das abgearbeitet hier. Kannst hier quasi daneben stehen und immer wieder drauf drücken. So, wir sollen den ja Rucki-Zucki erledigen. Sag mir, okay, machen wir das. So, was hier alles ankommt. Hin, bitte. So, bitte auch da hin. Und ein bisschen schneller, wenn es geht. Erstmal schön sammeln. Kannst du das jetzt fertig machen? Ja, das kannst du immer noch nicht fertig machen, wie es aussieht. Schade. Ich könnte natürlich wirklich alles in die Hubschrauber packen, aber... Wenn die dann abgeschossen werden, ist das auch nicht so prickelnd. Guckt euch mal die Armee an. Ich würde mal sagen, da haben wir gut was ausgehoben. Was ist mit denen hier los? Die haben keinen Bock oder was? Bewegt euch. Wir wollen vorrücken. Beziehungsweise, wir rücken jetzt vor. So. We'll be waiting. Your orders over there. Unit is under attack. Gut. Macht's weg. Kommt. Komm, ja, ich weiß. Weiter. Weiter. Genau. Stellt euch mal schön alle auf. Und weiter. Wir sollen ihn ja schnell wieder machen, hat er gesagt. Also tun wir das. Also wir versuchen es zumindest. Ja. Sehr gut. Meine Zone ist heiß. Ich muss raus. Unit is under attack. Wir sind durch. Ach. Toll. Ha. Mach mal hier ein bisschen weg. Ich will sie sich anziehen. Haben wir noch einen Nachschub? Na klar. Immer ran hier. So, wie sieht's aus? Dürfen wir denn jetzt das upgraden? Unit is under attack. Sieht nicht danach aus, ne? Ich denke, es wird flach. Ach, das ist aber auch jahrelig. Superhide hier. Genau. Wir werden meine Leute hier wirklich komplett verteilt stehen. Finde ich nicht gut. Weiter vorrücken. Roger. Da versucht einer doch frech zu werden. Unit lost. Ist mir egal. Wir rücken trotzdem weiter vor. Ordnance, receive. Band is here. Okay, weiter weg. Unit is under attack. Aber es kommt schon. Ich will sie sich anziehen. Macht alles kaputt hier. Nicht lange verfackeln mehr. Unit lost. Jetzt drehen wir den Spieß nämlich einfach mal um. Das Spiel war in den letzten Missionen teilweise so unfair zu uns. Jetzt sind wir mal unfair zum Spiel. Ist zwar ein bisschen scheiße, aber es geht nicht anders. Außerdem kann ich euch so etwas schnellere Action bieten. Ist ja auch was. Ich bin auf meinem Weg. Ich kann nur drei Pfeifen von jemandem raus. Unit ist unter attack. Ich muss raus. Leider einen Tag später als auf den Konsolen. Und dafür einen Tag weniger auch noch. Was ich ein bisschen extrem scheiße finde. Muss man leider so sagen. Ziemlich unfair. Also wenn dann hätten sie es gleichzeitig rausmachen sollen. Finde ich jetzt. Wäre ja cool, wenn die Mission schon erledigt wäre. Aber irgendwie noch nicht, ne? Okay, da ist noch die Lumpe. Okay, und du... Versuch mal da rein zu gehen hier. Komm. Holt euch mal das. Genau. Sehr gut. Wenn es das schon war, wäre es ja cool. Aber ich fürchte fast nicht. Die Bomber werden den Job mit einem speziellen Delivery enden. Wir sind in. Wir haben die Begründung und booby-trappung. Wir brauchen nur ein bisschen Zeit, um... Es ist kein Zeitpunkt. Chimera ist hier. Evakuiert. Evakuiert jetzt. Oh. Okay. Was jetzt? Das war's? Super. Endlich mal eine Mission, die auch mal ein bisschen zeitlich schön zu Ende bringen konnte. Ähm, ja. Ich bin... Ich würde sagen... Wir sehen uns bei der nächsten Mission wieder. Ähm... Denkt bitte ans Feedback. Denkt an Daumen. Denkt ans Abo. Ich bin für heute raus und sage... Ciao, ciao. Euer... ... ... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018